Ja und du Klaus, du wirst dich heute richtig zoffen und zwar während der Streit im Bundestag läuft mit prominenten Rednern dort, Karl Lauterbach, Wolfgang Kubicki und 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 Gregor Gysi, alle werden sie heute auflaufen zur großen Impfpflicht-Redeschlacht. Die findet hier im Studio dann auch statt, mit dir und deinen Gegnern, die allesamt dann für die Impfpflicht votieren werden. Also auch hier im Studio mit dir Klaus heute eine Redeschlacht. Nach der Debatte sind sie dann dagegen. Was hast du dir vorgenommen? Genau das. Nach der Debatte sind sie dann dagegen. Ich bin ein großer, vielleicht Träumer, aber ich glaube, dass die stärkeren Argumente überzeugend sind. Und es macht doch nichts, wenn jetzt jemand in einer Debatte, ich zähle mich dazu, sagt, Ihre, deine Argumente haben mich überzeugt. Und eins ist ja wichtig, letzte Bemerkung. Wir haben ja in dieser ganzen lästigen, ätzenden Pandemie-Phase 1 gelernt. Man passt seine Absichten, seine Ideen einer sich dramatisch verändernden Lage an. Das hat bisher immer dazu geführt, dass alles verschärft worden ist. Weil Omikron, Delta, keine Ahnung was. Jetzt ist es aber so, dass die Entwicklung doch eindeutig zeigt, dass die Impfpflicht, die meiner Meinung nach noch nie verhältnismäßig gewesen war, jetzt aber angesichts der Omikron-Verläufe erst recht nicht verhältnismäßig ist. Und deshalb ist meine Forderung an alle, die die Impfpflicht bisher richtig fanden, geht noch mal in euch, denken Sie noch mal nach. Denn das, was gestern möglicherweise bei euch richtig war, nicht bei mir, könnte jetzt falsch sein. Und heute ist der Tag, an dem es ausdiskutiert wird. Dann los, ab in die Redeschlacht mit dir. Du gegen die Impfpflicht und dein erster Gegner kommt hier, Klaus. Und wir begrüßen ganz herzlich Boris Palmer bei uns in der Redeschlacht mit Klaus Strunz. Man kann eigentlich nur sagen, ringfrei für die Impfpflicht oder gegen die Impfpflicht. Eine Debatte, die wir jetzt hier live austragen werden. Ja, grüß Gott. Hallo, Herr Strunz. Hallo, Herr Palmer. Herr Strunz hat schon vorgelegt, jetzt Ihr Plädoyer für die Impfpflicht, Herr Palmer. Ja, das sind zwei völlig verschiedene Blickwinkel. Herr Strunz hat uns ja gesinnungsethische Argumente vorgetragen, sehr grundsätzlich prinzipielles. Ich bin eher ein Anhänger der Verantwortungstheik. Mich interessiert, was sind die Folgen unserer Entscheidungen? Übrigens, Tübingen schreibt man ohne H. Ja, das ist ein häufiger Fehler, da bitte ich um Korrektur für die Zukunft. Und die Sache ist doch ziemlich einfach. Wenn wir uns impfen, haben wir 80 Prozent weniger Risiko, dass wir ins Krankenhaus müssen. Hätte sich niemand geimpft, wäre der Impfstoff nicht verfügbar, hätten wir jetzt im ganzen Winter wieder Lockdown, Herr Strunz. Das heißt, nur weil so viele Menschen freiwillig das Risiko, das sehr kleine Risiko auf sich genommen haben, sich zu impfen, können wir jetzt wenigstens einigermaßen normal leben in diesem Winter. Da geht es um große Freiheitsrechte, da geht es um Grundrechte, die Ihnen bestimmt genauso wichtig sind wie mir. Und ich möchte, dass wir jetzt ganz rauskommen aus diesen Beschränkungen, aus diesen Corona-Maßnahmen, die auch immer unlogischer, immer ineffektiver werden. Und das können wir nur dann vertreten, wenn wir sicher wissen, das führt nicht erneut zur Überlastung der Krankenhäuser, nicht dazu, dass das Personal kündigt, dass die in Immigration gehen, dass Krebs- und Herzinfarktpatienten nicht mehr behandelt werden können, weil die Kapazitäten nicht da sind. Und sicher können wir da nur sein, wenn wir die Impfquote der Risikogruppe hochbringen. Deswegen sage ich ganz konkret, alle über 50 müssen geimpft sein, dann ist Schluss mit den ganzen Pandemie-Maßnahmen. Oder vereinfacht gesagt, lassen Sie uns die Hunderten von gar nicht mehr Verständlichen, niemand mehr Eingängigen, von Gerichten bereits auch teilweise verworfenen Corona-Maßnahmen, alle streichen, durch eine einzige Regel ersetzen, alle ab 50 sind geimpft. Ich finde, dass wir damit als Gesellschaft einfach besser fahren. Und ich finde auch, dass dem Bundestag zusteht, eine solche Entscheidung für uns zu treffen. Also, Sie haben mich richtig interpretiert. Mir geht es natürlich auch darum, die Grundrechte zu Ihrem Recht kommen zu lassen. Ich finde dieses Argument einer Altersgrenze für die Impfpflicht sehr bedenkenswert. Das ist ja erst vor einigen Tagen in die große öffentliche Debatte gekommen. Gleichzeitig würde ich Sie, Sie haben sich als Verantwortungsethiker beschrieben, ich kenne Sie, wir kennen Sie auch als großen Pragmatiker. Und dann lassen Sie doch einmal uns an der Stelle sozusagen mit unserem Verhakeln kurz innehalten und sagen, wenn es so kommt, wie Sie es sich wünschen und wie ich sage, dass es besser nicht kommt, auch bei den über 50-Jährigen, dann muss es ja Regeln geben, nach denen man sanktioniert. Dann muss es sozusagen Verhaltenskodizes geben, die überprüft werden. Dann muss es amtliche Schreiben geben mit Bußgeldern, die zugestellt werden. Dann muss aber auch dafür Sorge getragen werden, dass die Bußgelder eingetrieben werden. Wenn Sie das in Tübingen zu organisieren hätten, wie würden Sie das denn machen, ohne eine zweite Stigmatisierung zu schaffen und ohne daran zu scheitern? Denn wenn Sie damit scheitern würden, dann wäre auch die Maßnahme, die dem zugrunde liegt, wenig ernst zu nehmen. Also erstmal würde ich gerne Wert darauf legen, dass wir in Deutschland versuchen sollten, stärker nach Lösungen zu suchen als nach Problemen. Denn Sie haben jetzt da sehr stark auf die Was-wäre-dann-Was-machen-Sie-wenn-Logik-ein gezahlt, die in Deutschland so viel verhindert und die uns so fesselt. Das ist eigentlich nicht mein Ansatz. Aber ich will der Frage nicht ausweichen. Ich bin der Überzeugung, dass die allermeisten Leute, die sich jetzt nicht impfen lassen, sagen, wenn es ein Gesetz gibt, in dem eine Impfpflicht steht, dann mache ich das zwar widerwillig, aber ich mache es. Das heißt, wir reden nur noch von einer kleinen Restzahl von Menschen. Und von diesen renitenten, mein Vater war selber einer, von diesen renitenten Menschen darf man sich die Entscheidung nicht bestimmen lassen. Nach dem können wir uns jetzt erstmal nicht ausrichten. Und dann gibt es den Rechtsstaat. Wie würde ich das konkret machen? Das ist relativ einfach. Es gibt ein Einwohner-Melderegister, man schreibt alle Einwohner an. Bitte schicken Sie den Nachweis Ihrer Impfung. Dann wertet man das aus. Wer keinen schickt, kriegt eine Ermahnung. Und dann wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Das macht man bei Verkehrsverstößen, ohne dass es jemand stigmatisiert. Das kann man auch bei anderen Bußgeldverfahren genauso machen. Das ist kein Hexenwerk und in Deutschland verwaltungstechnisch jederzeit umsetzbar. Das bedeutet aber, wenn ich Sie richtig verstehe, jetzt nicht, wenn, dann und hätte, hätte Fahrradkette. Sollte es dazu kommen, dass jemand dieser Verpflichtung nicht nachkommt, geht er ins Gefängnis. So ist es nämlich, wenn man ein Bußgeld, eine Ordnungswidrigkeit oder gar eine Strafe nicht bezahlt. Das ist nur so, wenn ein Richter das anordnet. In der Regel wird es wahrscheinlich nicht verhältnismäßig sein. Da wird man ja mal ein Zwangsgeld festsetzen. Und bis diese Fragen sich irgendwann dann mal stellen, da sind Jahre rum, da arbeiten die Müllen der Justiz langsam. Meine Prognose ist, wir haben in vier Wochen 98 Prozent der Risikogruppe geimpft, wenn es die Impfpflicht gibt. Und dann haben wir noch ein paar hundert Fälle vor Gericht. Da können Sie in drei Jahren noch Schlagzeilen in der Bild damit machen. Das ist aber nicht wesentlich. Ich will einmal noch zurückkommen zu meinem Ausgangsargument, nämlich der Verhältnismäßigkeit. Sie haben die Verhältnismäßigkeit auch bemüht, allerdings sozusagen für die andere These. Verhältnismäßig ist etwas erst dann, wenn vorher alles andere ausprobiert und gemacht worden ist und nichts gebracht hat. Sind Sie ernsthaft der Meinung, dass die Regierung, die Politik, diejenigen, die dafür in Verantwortung stehen, wirklich alles versucht haben, um die Menschen vor der Impfpflicht und ohne Impfpflicht zum Impfen zu animieren? Also vielleicht haben Sie nicht das beste Marketingunternehmen engagiert. Da kann man wahrscheinlich bei Bild noch was lernen. Will ich Ihnen recht geben, diese Plakate waren jetzt nicht sehr eingängig. Aber ich kann Ihnen berichten, dass wir in Tübingen Impfzentren innerhalb von wenigen Tagen auf die Beine gestellt haben. Dass es hier kostenlose Impfaktionen bei Clubs, in Partys, bei Ärzten gegeben hat. Dass die Honorare gespendet wurden für gute Zwecke. Dass man wirklich an jeder Ecke eine Impfdosis abbekommen konnte. Hier hat mich auf dem Markt der Kinderarzt angesprochen. Er hat noch eine BioNTech übrig, ob gerade jemand die haben will. Dann saß einer da in der Kneipe und hat sie genommen. Also es gibt viel zivilgesellschaftliches Engagement. Und ja, ich behaupte, wir haben in Tübingen echt alles angeboten. Wir hatten 1200 Impftermine am Tag zur Verfügung. Zuletzt waren noch 25 nachgefragt. Also das Angebot ist da. Die Argumente sind auf dem Tisch. Und für mich persönlich nehme ich sogar in Anspruch, dass ich mit ungefähr 10.000 Impfgegnern auf Facebook rumgestritten habe und jedes Argument vorgetragen habe. Und ich persönlich bin der Überzeugung, ganz ehrlich, die Sache ist ausdiskutiert. Mit Argumenten kommen wir da nicht mehr weiter. Mein Mail-Eingang ist voll von Menschen, die einfach nicht wahrhaben wollen, dass die Impfung wirkt und mir was von Bill Gates und Chips erzählen. Das bringt uns nicht mehr weiter. Und deswegen sage ich ja, auch in dieser Hinsicht ist es verhältnismäßig. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo diese Pandemie endlich mal zu einem Ende gebracht werden muss. Und das kann der Impfstoff leisten. Ich würde Ihnen einige Teile folgen, in der Konklusion nicht. Weil ich fürchte, wir impfen dann dem Virus immer hinterher. Das führt in eine unübersichtliche, wer gilt eigentlich wann als geimpft. Es sind die Impfnebenwirkungen, vor denen ich persönlich keine Angst habe. Ich bin zweimal geimpft und geboostert. Das bewegt aber viele Leute noch nicht ausreichend erforscht. Und ich halte es wirklich für einen unverhältnismäßigen Eingriff in ein Grundrecht. Und genau deshalb werden wir an der Stelle nicht zueinander kommen. Werden wir nicht. Aber ein letzter Satz, Herr Strunz. Ich rede auch nicht von der Dauerimpfpflicht, also nicht jetzt alle drei Monate zum Boostern, sondern meiner Meinung nach zweimal impfen und dann ist gut. Es geht nur um die Grundimmunisierung, weil dann hat man den Schutz vor Hospitalisierung, vor Krankenhaus. Und die kommenden Jahre macht man es wie bei der Grippe. Jeder kann für sich selber impfen. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt geht der Pragmatiker-Politiker mit Ihnen durch. Das heißt, jetzt Impfpflicht, Problem vom Tisch, tschüss. Nein, das heißt, Problem für die Krankenhäuser gelöst und dann kann das wieder völlig eigenverantwortlich gehandhabt werden, weil dann keine Überlastung mehr droht. Ich will nur eine Lösung für die Überlastung der Krankenhäuser und danach bitte wieder Eigenverantwortung für alle. Verstanden. 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 Vielen Dank.